Du, Mike, hast du noch Zeit? Nein, das ist nicht der Mike. Wir brauchen den Mike, schnell. Nein, Mike, nicht du. Sorry. Mike. Wir suchen den Mike aus Biel. Hey, Mike. Hey, Mike. Vor einem Jahr haben wir uns getroffen. In Biel. In einer Co-Working-Zone. Einfach im Bahnhof. Und heute sind wir da. Im schönen Zürich bin ich hier. Wir machen mehr Beratung, Kreation und richtig viel Digital. Und Social. Ja, und was wollen wir sagen? Hey, die Antwort freut sich mega auf den Mike Schwede. Neu bei uns. Der Mike freut sich auch auf uns. Ja. Hat er gesagt heute Morgen. Ja, ihr werdet noch ein paar Videos von uns sehen. Und freut euch auf eine coole neue Zeit. Wir geben alles. Ja, voll gross. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ich bin j